unser heiliger könig jesus christus von nazareth ich der heilige bruder steffen lobe und preise dich und danke dir für die heiligen ordnung in deiner heiligen gerechtigkeit und ich bitte dich von meinem ganzen herzen dieses heilige bett nicht zu verwerfen noch deine heilige güte von uns zu wenden und dass du dieses heilige bett bitte gesegnet und erhört hast und ich bitte dich auch von ganzem herzen dass diese heilige erhöhung in dein heiliges ohr komme wie du auch gesagt hast dass wir das durchaus verwenden dürfen dein wort in unseres heiligen gottes heiliges ohr so freue ich mich dass dieses heilige bett bitte auch auf deinen heiligen altar komme und dass der heilige engel der die heilige bete hochbringt auch weiterhin in unserem und deinem heiligen segen diese wundervolle heilige tätigkeit macht ich freue mich dass du es umsetzen möchtest und ich bitte dich dass die menschen uns nicht mit pandemie und krankheiten regieren denn wer das anfängt zu tun der hat verloren der weiß nicht dass die menge der menschen ein segen bedeuten kann wenn man es recht tut wenn man es aber nicht kann dann soll man es auch nicht machen darum bitte ich von ganzem herzen dass auch die erneute festsetzung von einem flugzeug durch eine angebliche mögliche gefahr wieder frei kommt und ich bitte dich dass wenn möglich niemand betroffen ist damit bei uns das nicht installiert wird wir wünschen auch nicht in irgendeiner weise eine einengung unserer freiheit denn dazu müssten die grundrechte geändert werden wir mögen es auch nicht dass in irgendeiner weise 15 minuten städte eingerichtet werden denn das ist unverschämt sowas geht nicht das wollen wir nicht wir danken von ganzem herzen ich bitte dich heiliger könig jesus christus von nazareth dieses und heilige gebet zu erhören ich freue mich sehr wenn ich auch für die flugzeugmaschine eine heilige bete erhöhung erhalten darf von uns ich habe es jetzt stellvertretend für unsere heilige gemeinschaft bethaus gemeinde gottes weltweit gebetet ich weiß dass auch jetzt auch andere hierfür mit beten werden und darum bitte ich euch dankeschön von ganzem herzen amen an 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 Untertitelung des ZDF, 2020